wieder zurück zum motherfucking vogelperspektiven dopecast number nine mit kamera und ihr seht es schon neue ausstattung wir sind wir haben upgrades wir haben upgrades von dem hier bis hin zu dem hier neue kamera und ja ihr seht schon auch mikrofone neue extra podcast mikrofone hoffentlich werden dann die auch nicht mehr umfallen also es steht jetzt endlich auch mal stabil ja und wir brauchen keine klopapier mehr killen dafür dass wir einfach machen wir haben einen großen anlass beziehungsweise ein kleines event denn einer von uns hat nämlich geburtstag und ich bin es auf jeden fall nicht das ist nämlich der liebe kiefen also noch mal alles gute zum geburtstag vielen dank dankeschön wie bist du geworden erzählst du ich bin jetzt 21 jahre jung jahre so wollte ich auch gerade sagen und weißt du was das erste war was ich heute in der arbeit angehört habe 21 von marco das war so eine sache alter die habe ich wo ich 21 geworden bin habe ich gesagt scheiße man das wollte ich unbedingt hören also als kleines shoutout an den song an den song alter ich feiere das voll beziehungsweise ich hatte so eine marco zeit wo ich das wo ich dann einfach voll gehört habe ja mann hatte ich auch und habe mich in diese sorgen 21 verliebt und ich habe mir geschworen ich muss den an meinem 21 geburtstag anhören und ich habe es nicht gemacht er hat er hat gott sei dank nicht den gleichen fehler gemacht genau man sagt immer und fühlt sich anders an natürlich man ist einfach älter geworden aber ich sag dir jetzt nachdem ich jetzt dreiviertel jahr 21 bin es tut sich schon noch was vor allem bei dir habe ich ja auch gesehen es tut sich mehr als zum beispiel mit 20 einfach bloß durch die sachen die wir jetzt machen durch die durch die mentalität die du glaube ich ein bisschen angenommen hast für die pläne die sich auch bei dir ein bisschen geändert haben ja schon auf jeden fall muss man schon sagen ja und ja es ist es ist so ein verrücktes alter weil es gibt doch diesen dieses meme auch darüber irgendwie so mäßig von 18 bis 25 ist das verrückteste jahr oder die verrücktesten zeiten weil die ersten die ersten freunde haben kinder die anderen müssen fragen ob sie noch vor die haustür dürfen so von bei ihren eltern und die anderen sitzen im knasten aber es ist halt einfach wirklich die realität man sieht dass erst jetzt so was aus den leuten immer alles wird und ja keine ahnung ich freue mich drauf keine ahnung ist es ich weiß nicht man es ist es ist schön schön schönes ja um am leben zu sein vor allem weiß ich mein ja 21 ist lustig ist mein onkel hat mir heute auch auf whatsapp so gratuliert in der früh und dann meint er so ich bin jetzt in die also ich bin jetzt auf der ganzen welt erwachsen also jetzt bin ich also komplett erwachsen überall komplett volljährig jetzt darfst du auch bei uns in spielo gehen stimmt ja stimmt das darf man auch bei uns erst ab 21 zumindest bei dieser einen glaube ich ich glaube das ist aber in der allgemeinen regel ist keine ahnung ich bin kein spielothekhänger beziehungsweise durfte ich ja bis heute nicht nee du ich glaube das ist echt frisch dieses gesetz ich glaube ich kann jedes spielo wo wir damals wo wir damals dbwl gedreht haben da ist doch matteck auch von der spielo rausgekommen ja voll und er durfte aber als einzigste rein war ja schon 21 ja 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 ich glaube ich bin mir nicht mehr sicher wie es ist aber ich habe auch mal gehört dass sich auf 25 hochsetzen wollten 25 und 20 was macht das für den sinn die gar keine ahnung das macht auch nur noch mehr schwarz glücksspiel weiß ich meine ja sehr ist offen rum aber ich habe das gott bis jetzt gott sei dank noch nie so was gesehen aber ja keine ahnung spielo ist eh so eine sache für sich wir brauchen den dicken cbd joint nur cbd aber auf deinen geburtstag auf jeden fall bruder ja safe und nee spielo ist eh so ein ding aber zu dieser argumentation mit 21 ich kenne genügend zumindest imbiss läden oder leute die hat einfach bei sich einen automaten stehen haben und wo du einfach mit 18 das machen kannst du also ich glaube es ist gesetzlich schon geregelt dass man ab 18 spielen darf ja ja ab 18 klar spielen ja aber da also ich weiß nicht was das genau für einen grund hat aber ich kann mir vorstellen da drin ist es noch mal ein anderes feeling weißt du wie ich mein so mäßig auf diesen dingen weil ich meine jeder 18 jährige oder jeder frisch 18 gewordene kann sich irgendwie im internet irgendwo einloggen und ich kenne mich da nicht genug aus aber das geht auch das stimmt schon vielleicht deswegen denke ich mir dass es damit was zu tun hat ja klar ich war warst du schon mal so einer richtigen spielothek das glaube ich hast du sogar davor gesagt aber ich habe es gerade vergessen weil ich weiß es selber nicht ich war ich war zweimal dreimal vielleicht in tschechien oder was zwei mit zwei mal zwei mal war ich nee auch nicht in tschechien aber das ist voll das normale ding bei uns dass man nach tschechien fährt zum spielen weiß ich noch nicht vielleicht irgendwann später mal ich habe kein geld dafür das ist und jetzt zack und das aufs spiel zu setzen aber nee ich war bei uns bei dieser einen spielothek die wir meinten eben da war es auf jeden fall noch nicht so dass das man 21 sein musste und ich war auch noch nicht mal 18 ok wie bist du denn da reingekommen die haben nicht gefragt ich weiß nicht ob ich da auch noch meinen meinen speziellen ausweis hatte boah das ist eine geile überleitung zu dem thema das wir mal ansprechen wollten okay das ist wirklich ein schönes thema aber nee keine ahnung ich bin halt einfach mal reingekommen und ich muss dir sagen es ist halt schon erstens krass es hat so ein es ist ein suchtmittel zu zocken ganz sicher und deswegen hat es mich erstens gewundert aber auf längere sicht dann eher wieder nicht dass ich da jeden gesehen habe ich mein da war die alte oma die da sichtlich schon länger gezockt hat vielleicht zwei gläser dargestanden standen schon mit cola oder was auch immer dann die jüngeren wie wir alles weißt du ich mein dann kann da war noch einer so betrunken und das war nachmittag also keine ahnung ist halt einfach divers ist jeder geht irgendwie spielen und ich glaube jetzt verstehe ich auch also ich glaube es stimmt schon mit den 21 mit der spielothek weil das environment beziehungsweise halt einfach wie du schon sagst diese aura in der spielothek zu sein ist schon mal fesselnder ich glaube nämlich wenn du zockst kriegst du freigetränke oder du kriegst irgendwas also früher war das so jetzt glaube ich musste definitiv noch cola zahlen aber ich habe auch nicht gezockt kann aber sehr gut sein ja ja weil alleine vom vom marketing her gedacht weißt du wie ich damit die einfach sitzen bleiben genau genau okay jetzt trinke ich noch ein freigetränk weißt du ja und dann schmeiße ich halt noch und zwar nicht rein safe das ist das ja kann echt gut möglich sein dass es deswegen dann so hoch gesetzt wurde aber auch war es auch so von einem podcast wo ich das mitbekommen habe also so krass habe ich es gott sei dank noch nie gesehen dass das leute wirklich am platz wo sie zocken pissen so windeln tragen ja 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 diese diese hardcore süchtigen weißt du ach du meine frist ja es ist jetzt weit gedacht und man kann sich das vielleicht nicht vorstellen und ich kenne persönlich auch niemanden der so krass abgestürzt ist wegen zocken oder jemand der jemanden kennt so kenne ich auch nicht aber wie gesagt ich habe das halt so aus dem podcast mal immer mitbekommen aber rechne aber überleg halt einfach natürlich wenn du wirklich so süchtig bist dass du nicht mehr von diesem platz weg gehen kannst weil du wenn du weg bist dann könnte jeder wieder auf den anderen auf den an auf deinen platz hingehen und mit dem geld zocken oder was auch immer was man sich dann denkt heißt wenn du da wirklich nicht mehr weg gehst ist safe nehmen da leute irgendwie eine windel her oder so ein scheißdreck das ist schon krass wenn man sich als wenn man sich als age junkie schmutzige spritzen teilt weißt du dann tut man sich als zocker süchtiger definitiv das ist halt weil wir nicht in dieser welt sind eben aber aber jetzt ich sage es sich für uns so peinert an oder asozial aber auch das wollte ich eben hinaus so wenn du es dir logisch überlegst ja klar wenn du so süchtig bist nach zocken dann machst du so also es ist schon ja ich habe gerade nicht gesagt dass es gut ist aber es ist halt einfach krass das ist halt da da kann halt jeder reinfallen und ne gott sei dank habe ich sowas noch nicht gesehen früher hat es immer so in wirtshaus oder so hat es immer diese spucknäpfe gegeben wo du ähm dings kautabak rein spuckst für hättigen weißt schon das ist upgrade nur zu pissen nein ich kenne es jetzt ehrlich gesagt nur aus diesen western-fan meistern ja da gibt es das auch also da gab es das auch stimmt es gab so in bayern auch sehr verbreitet auch dass überall ähm ist kautabak also dieser dieser kautabak ich habe einmal diesen kautabak gekauft weißt du ja stimmt ja es ist wirklich das es ist wirklich das das ist schon das ja 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 das ist ja voll eklig voll ich habe mir das immer so ein bisschen kaugummiartig vorgestellt also wirklich einfach so ein tabak sowie zum drehen das dachte ich nämlich auch aber das verbreitet sich im mund voll eklig das musst du weißt du wer mir das gezeigt hat ich sage einfach den namen dennis wachs okay der hat mir das gezeigt du musst es irgendwie so zusammen drücken quasi und dann halt wie in zu ja ja das habe ich genau so gemacht aber wenn das wirklich der kautabak ist von damals wollen wir mit den mikros erstmal noch ein bisschen klarkäumen sehe ich die ganze zeit tut mir leid wenn wir zu weit weggehen oder wir auf einmal also müssen wir quasi so die ja auf den konstanten dings bleiben scheiße ist jetzt aber die audiospüren nicht verkackt das ist alles gut das ist alles gut drauf schauen nee das habe ich auch gewusst aber es ist halt voll eklig warte jetzt habe ich ein bisschen farben verloren kautabak ja ja es zerbröckelt halt den mund zuwiderlich deswegen habe ich auch snooze da vorgenommen und da hast du es halt überhaupt nicht weißt und dann mit diesem dings in diesen kautabak rein zu gehen ich habe es mir einfach vorgestellt wie ein kaugummi ja ich mir auch dass es sich also dass es eine masse ist quasi wo du dann einfach auch modellen machen kannst weißt schon ich bin ja weil ehrlich ich glaube ich muss mal schauen wegen so nikotin kaugummi weil ich will ehrlich gesagt echt mal rauchen aufhören nikotin kaugummi erklär mir das mal zum rauchen aufhören ja es gibt es gab doch mal diese diese raucher aufhören kaugummi scheißdreck strips weißt du was ich meine also ich weiß nicht wie die marke heißt ich will auch keine marken nennen jetzt an der stelle aber es das waren so einfach so kaugummi strips ich denke einfach mit nikotin drin oder mit irgend so dass du quasi ah jetzt okay verstehe also wenn du quasi verlangen an der zigarette ja voll gönnst du den kaugummi und dann hast du diesen nikotin trotzdem genau das wäre das wäre eine der besten erfindungen weil ich glaube das könnte ich echt gut gebrauchen weil snooze talk mit alles weg aber weißt du was glaube ich da scheiße ist rauchen ist ja immer ein ganz ganz ekliges ding wenn es in arbeit bist wenn du dann extra noch auf die pause wartest weil du weißt der ja ich rauche jetzt dann gleich die gesellschaftskippen das ist das ja erstes ist und zweitens diese belohnungskippe weißt du und ich weiß nicht ob das dann das gleiche ist wenn du dir einen kaugummi rein haust weißt du was ich meine ja 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 das aber trotzdem ey ich bin sowas immer offen so weißt der rauchen ist allgemein bei mir so ein ganz schwieriges thema alter das ist immer so ich weiß nicht ich will halt einfach nicht aufs snooze umsteigen weil ich habe sachen gehört dass es noch schlimmer ist als wir von zigaretten wegzukommen am schluss und ich kenne genug die gesnooest haben und wenn du jetzt her gehst und jetzt nicht dich nimmst sondern leute die wirklich wo du weißt ein jahr oder zwei die wirklich dauerhaft snoozen schau was sie jetzt machen weißt du ich meine die haben schon versucht aufzuhören aber es ist einfach sehr schwierig trotzdem rauchen sie nicht das ist halt dann ihre droge so quasi genau aber irgendwie sowas will ich mal schauen so mit dem dübel da bleibe ich aber dann snooze will ich dir trotzdem nicht empfehlen ich hatte auch nur snooze zeit und das ist eklig das brennt dir alles weg ist keine ahnung ich war wo ich noch in der küche gearbeitet habe da haben wir immer die snooze packungen von siberia die gab es damals noch auch billig zu kaufen die haben wir immer ins eisfach gelegt oder einfach in den kühlschrank und dann waren die halt eiskalt und wir haben uns zum schluss auch drei stücke auf einmal reingeballert weißt und das eklige war aber es war ich habe das immer schon viel geiler wie es rauchen gefunden zigaretten rauchen aber das eklige ist einfach dass du dir alles oben kaputt machst und das merkst du noch viel mehr als würdest du deine lunge kaputt machen weißt du ja wenn du einen ganzen tag sagen wir mal du ballerst hier weiß ich nicht vielleicht so im durchschnitt zehn snooze am tag vielleicht ein bisschen viel aber ich weiß gar nicht egal sagen wir mal zehn snooze das merkst du übertrieben am nächsten tag und vor allem auch in der nacht wenn du dann aufstehst und so weit voll egal diesen nachgeschmack auf der anderen seite ich glaube man ist auch viel zu gewohnt an den zigarettengeschmack aber was aber glaube ich wieder ein vorteil ist glaube ich der geruch von von dem snooze ja weil da hast du beim rauchen riechst du halt und du stinkst nach rauch weißt du aber ich glaube es ist eher gut weil du wieder eine andere sache hast auf die du dich in anführungsstrichen freust weißt du ich meinst kennst du das wenn du zigaretten in deiner raucherzeit angezündet hast und du der erste zug der zweite zug schmeckt der noch als raucher zumindest als raucher und ich glaube dass das was ähnliches hat wie mit dem snooze weil ich finde ich fand das schon immer geil wenn jemand neben mir so eine snooze packung aufgemacht hat folge der geruch ist hammer okay es ist ein snooze in der luft ja was heißt frisch es ist so wie der cannabisgeruch es ist so eine typensache ja ja du musst es mögen aber snooze riecht immer so erfrischend als würdest du an einem heißen tag eine kalte cola trinken für mich ist das so ein feeling weißt du du hast viel mehr snooze als ich ja ich weiß nicht aber das kriege ich schon irgendwann mal hören zigaretten packen mich einfach ab das ist eh so ein scheiß warum man so überhaupt anfängt in der jugend aber ich habe eine ganz lustige snooze story für dich alter fällt mir gerade so ein ich war in meiner krassen snooze zeit da wo ich sogar nicht geraucht habe sondern nur snooze geballert habe den ganzen tag über da bin ich da war ich noch in der ausbildung ich hatte in landshut hatte ich schule berufsschule und ich bin mit dem zug nach hause gefahren und ich habe mich in dieser zeit immer mit einem kollegen getroffen der wo mit mir zusammen dann mit dem zug nach hause gefahren ist und der typ hat mir in snooze gegeben weil ich keine mehr hatte ich so brau kannst du mir aus helfen komm kennst du die story habe ich dir schon mal erzählt ich glaube ich kenne sie erzähl weiter alter und dann war es so der hat mir einen snooze gegeben und er noch so pass auf die sind stark die haben es in sich weiß es kurvas nee das waren keine kurvas das waren welche die habe ich da das erste und das letzte mal gesehen das war ein braune keine ahnung welche das war ich habe den namen auch nicht mehr im kopf hat es mir gesagt egal scheiß egal auf jeden fall hat er mir dann so einen snooze gegeben noch so gesagt ja pass auf gehe ich so ja komm tu her alter unter der maske damals noch corona maske und ich balle mir den rein und ich rede mit ihm und schmatzen so weißt und auf einmal ich denke mir leck mich am arsch alter was ist denn da für ein teil alter das war auch voll groß das war doppelt so groß wie ein normaler siberia zum beispiel weißt okay und das hat zum brennen angefangen und ich dachte ich muss echt raus tun und wo ich es rausgetan habe in dem moment mein schädel ist explodiert ich hatte so einen nikotinflash das kannst du nicht vorstellen und nicht so er erzählt mir irgendwie voll die lange geschichte ich so ja voll zum schwitzen auch angefangen war heiß draus und so weißt alter falter und deine dingelfinger ausgestiegen habe ich erstmal damit kämpfen müssen dass ich nicht kotzen muss ich schwöre das ist das worauf das ich wollte was ich jetzt hinaus wollte noch mit dem nächsten satz digga nikotinflash ist einfach nur eklig also dein körper sträubt sich einfach komplett wenn jemand das sich nicht vorstellen kann es ist einfach man ist schon high man kann es schon als high beschreiben aber es ist halt einfach komplettes unwohlgefühl es kribbelt im magen bei mir so echt ja es macht so ein bisschen so leichten kotz druck weißt du wie ich meine aber so leicht du weißt du musst dich kotzen aber du du hast du dieses unwohl sein im magen durch den ganzen körper schießt irgendwie so ein so ein leichter schüttelfrost fast so kann man es vielleicht beschreiben ein bisschen aber nicht aber nicht kalt und ganz ganz komisch also ich weiß voll was du meinst und das ist auch ein unwohlgefühl ist ja weil du bist halt so quasi wie in einer panikattacke ein bisschen unterwegs weißt du was weißt du was krass ist wo ich meinen ersten snooze genommen habe habe ich in dieser zeit auch zigaretten geraut heißt ich weiß wie sich dieses nikotinflash zuerst zigaretten am tag anfühlt ich habe mir den snooze geballert und ich hatte solche endorphine alter das war voll heftig also bei mir war das beim snooze vor allem auch bei zigaretten nicht so aber vor allem auch beim snooze war dieser tabakfleisch bohr als hättest du krassen kaffee getrunken starken kaffee weißt du bohr ich bin jetzt da aber trotzdem weiß ich auch wie es ist eklig weil das gibt es auch wenn du die ersten ersten snooze oder die erste zigarette am tag raus hast du auch ab und zu dieses ekelgefühl und fuck ich glaube ich muss kacken es ist sehr interessant auf der einen seite eigentlich was nikotin und diese ganze zigaretten rauch mit dem macht weil man kann nicht mal sagen okay du rauchst zigaretten du bist jetzt wach es ist kein upper es ist kein downer es ist wirklich ein stimulant also es stimuliert einfach dein ding aber das ist schwierig zu sagen ich als raucher würde sagen es stimuliert insofern weil ich ja dann wieder befriedigt bin in anführungsstrichen weißt du was ich meine ich will gerade eine pause so weil ich gerade gearbeitet habe ich rauche eine zigarette so weißt du das ist meine belohnungs zigaretten es ist ja kein also natürlich was es wirklich mit mir macht warum ich auch beim schreiben von texten oder so manchmal viel zu viel rauch ob joints oder was auch immer äh oder als zigaretten ne ähm ich denke viel mehr also das stimuliert schon so weit dass ich wieder klar denken kann ist es wegen der sucht ich weiß es nicht ich denke wahrscheinlich schon weil es sich einfach wieder belohnt jetzt hätte ich voll bock auf eine kippe das heißt aber gerade beim schreiben gar nicht so das ding ich schreibe ich schreibe ich schreibe und äh äh ich ich häng zweimal oder dreimal bei so einem Reimfest oder will den cooler machen oder was auch immer und ich tu schon reflexartig ne zigarette drehen das ist doch halt schlimm keine ahnung das ist gar nicht so okay jetzt baue ich erst eine zigarette und dann mach ich das sondern okay wieder was überlegt aha okay okay warte jetzt nicht so ist es weißt du fühle ich ich schwöre bei mir war das immer so oder ist es auch so wenn ich jetzt noch einen snus nehmen wenn ich texte schreibe dann so dicker jetzt aus dem flash kurz rausgekommen jetzt brauche ich einen snus ja und dann denke ich mir oh mein gott oh mein gott okay und zack 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 da ist es wieder dieser flash weißt du wie ich meine dieser endorphine flash und dann geht es halt ab mit dem schreiben alter weißt du dann balle ich line nach line runter alter auf der anderen seite wenn ich wenn ich jetzt beim wenn wir jetzt zum schreiben kommen wenn ich high bin und und schreibe dann ist es wirklich nicht nur flash dann ist es fast schon trance okay flash ist es beschreibt den zigarettenrausch in anführungsstrichen sehr gut weil ich auf einmal wieder da bin es ist kein es ist kein es ist ja so ein kleiner kaffee für den kopf so 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 nicht nur um komplett wach zu werden sondern kaffee für den kopf stimuliert wieder zu sein und wenn ich aber einen rauch und wieder high werde davon oder wie auch immer dann dann ist es wirklich so okay ich bin eine stunde nur noch oder zwei stunden nur noch mehr in diesen text fokussiert sehe vielleicht noch ein paar reime die ich zuerst nicht gesehen hätte denke an reimen ketten die vielleicht cool kämen wo ich zuerst nicht gedacht hätte denke an den flow wechsel es ist wirklich es ist schon krass also zumindest deswegen mache ich es auch wahrscheinlich es hilft mir einfach in so vielen kreativitäten sachen weiter cannabis aber ja ich habe auch medizinische probleme das definitiv auch du kriegst es ja auch verschrieben deswegen ja aber ja jeder hat seine sachen so manchmal ist es vielleicht sogar glücksspiel aber ich weiß nicht das ist halt jedem das seine also jedem definitiv das seine jeder sollte wirklich meiner meinung nach erlaubt bekommen zu machen was er will solange niemand anderen damit schadet bloß ja glücksspiel kannst du auch jedes wochenende mal machen und solange du mit dem betrag aufpasst und das geld ist was du sonst nicht brauchst ey wer hält dich auf allein sportwetten da bist du ja auch mehr oder nicht drin aber typiker meinst du ne so mit deiner familie oder so ah ja ja ich genau ja ich und meine also meine familie meine oma vor allem die leitet das ganze wir tippen immer obwohl ich 60 münchen fan bin bayern spiele also jedes einzelne bayern spiel tippen wir also auf ergebnis und ganz lustige story die wirklich zufällig ist bayern hat gegen bochum gespielt ok und 7 0 gewonnen und ich habe 8 0 getippt weißt du wie viel ich gewonnen hätte 64 euro krass ein verficktes story harry kane alter mach deinen vierer button verfickte kacke was mir davor noch eingefallen ist eine frage weil wir ja über deinen patient sein und über dein cannabis verschreiben geredet haben kurz mich würde mal interessieren wenn du vor mir rauchen würdest würdest du dich strafbar machen weil ich meine ich könnte ja passiv eigentlich high werden also erstmal als patient darf ich nicht rauchen ich darf als patient keine joints ich darf keine joints rauchen achso ok und daran halte ich mich auch immer vaporizer dann oder wie vaporizer ok genau ja deswegen rauchen wir auch nur cbd also verstehst du nicht falsch das ist wirklich nur cbd aber ne sowieso durch ein vaporizer entsteht nicht so viel dampf und alles das soll auch gesünder sein oder das ist nicht vergleichbar mit dem joint rauchen oder sowas aber tabak tut man da auch nicht rein oder in vaporizer wahrscheinlich das ist absolut für das pur rauchen du kannst es meist aus dem cannabis rausholen sowohl von den terpenen wie sie dich medizinieren praktisch du kannst auf 170 grad gehen sagen wir mal bei einem strain das eher sativa lastig ist ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau die einstellungen aber ich google immer bevor ich das dann einstelle im endeffekt schaut es so aus dass du mit 170 grad sage ich jetzt einfach mal das terpen lina 0 freisetzt und wenn das ein sativa strain ist dann kannst du sehr viel lina 0 enthalten und dadurch wirst du energetisch das ist was vielleicht zum aufstehen weißt du wie ich meine und genau so gibt es halt diese einstellungen ah du kannst quasi auf die grad einstellen was dir am besten genau du erhitzt praktisch das cannabis genau auf die auf die zumindest bei meinem vaporizer es gibt unterschiedlichste vaporizer aber ich gehe jetzt auf 187 187 oder 188 ungefähr um das da wird sehr viel carophyllin freigesetzt ja ich habe es ein bisschen lernen müssen einfach bloß weil ich bin ein patient heftiges fiss ne ja ne das heißt einfach bloß krass irgendwann hast du es drin das ist das krasse ist linalol schmeckt halt wirklich nach zitrone weißt du ich mein also auf dieser hitze schmeckst du dann die zitrone raus auf 189 schmeckt es schmeckt eher nicht es schmeckt mehr nach diesem cannabis aber das setzt sich in schlaf ich habe einmal das ich habe ich habe einmal ich habe einmal richtig geile sorte die richtig indica lastig war und ich habe ich habe das ausprobiert mit mit diesem einen vaporizer mit diesem krassen den ich habe und ich habe dem gar nicht vertrauen geschenkt weißt du wie ich meine ich ich habe schon immer cannabis zum schlafen her genommen so auch bevor ich patient wurde aber das war halt immer okay ich rauche und dann werde ich immer müder und dann passt schon und ich hatte wirklich schlafprobleme und ich mache diesen kopf voll ich ziehe ich ziehe ich ziehe es kommt kein rauch raus siehst du eh nicht beim vaporizer so ich lieg so auf die seite ich weiß mit sicherheit drei viertel vorher durch weißt du digga so ein scheiß trick alter es wird nichts bringen dreh mich auf die andere seite und das ist das letzte was ich an diesem abend weiß das ist weggefallen alter richtig krasser scheiß wenn es legal ist dann hole ich mir auch einen vaporizer definitiv aber einfach auch ich finde cannabis ist so ein universelles heimmittel weißt du ich meine es kann dir wenn es dir taugt das ist ja auch wirklich bewiesen dass es leute gibt denen es einfach wirklich nicht taugt aber das auch durch den körper es gibt ein cannabinoid system das immer im gleichgewicht sein sollte und es gibt leute die haben einfach Mangel bei denen durch das cannabis das sie von außen praktisch rauchen vaporizer oder essen wie auch immer zu sich nehmen kriegen sie das wieder ins gleichgewicht und haben da doch ihre naja ihre perfekte form würde ich jetzt fast schon sagen aber nimmst du es jetzt nicht als wissenschaftlichen punkt das ist halt einfach bloß was ich erzählt bekommen habe was ich ein bisschen weiß und was ich vielleicht aber auch jetzt gerade vertauscht habe weißt du was ich meine aber es gibt auf jeden fall dieses cannabinoid system und es gibt halt einfach leute bei denen wenn du rauchst dann ist es im ungleichgewicht und die kacken halt dann einfach ab dann gibt es halt diesen green out wie man schon immer sagt und was auch immer und es gibt halt einfach leute die halt ja sagen wir einfach auch nicht diese couch potato wird die wir immer als stereotype oder oder ja soviel zum vaporizer und zum carnavis ja auf jeden fall wollen wir aber dann auch nochmal zurückspringen zu dem was ich ein bisschen angeschnitten habe mit dem mit dem ausweis ah ja genau da war ja was story time um mich jetzt abzusichern weil ich habe mich davor nicht abgesichert das ist alles nur Fiktion die ich hier erzähle ich habe das nicht erlebt und das ist nur eine kunstfigur die die gerade hier eine geschichte erzählt ich war 15 jahre alt und auf jeden fall warst du wirklich 15 die 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 kunstfigur die ich gerade porträtiere die war 15 jahre alt aber ich erzähle jetzt aus der ich ich form damit ihr mich besser verstehen könnt ich bin jetzt praktisch die fiktionelle fiktionelle 15 jährige person über die ich reden genau also ich war 15 jahre alt und naja mit 15 hat man halt sonst schlage vor allem wenn man halt in die falschen was heißt denn die falschen kreise kommt aber halt einfach in kreise kommt wo man halt was erleben will außerhalb von ich will niemanden offenden ich war jung dumm und wollte einfach ein bisschen was erleben und ein bisschen was erleben heißt vor allem auch in deutschland sehr viel alkohol und Zigaretten und was man halt als dummer jugendlicher braucht und ja so kam es halt dass man sich vieles überlegt hat ich habe halt nicht immer wirklich so jung ausgesehen also ich war halt schon jung alter vor allem fett aber ne 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 also ich war wirklich heftigst fett und bis 13 auf jeden fall definitiv viel zu fett und dann hat es ein bisschen nachgelassen aber das wollte ich jetzt gar nicht hinaus ich wollte einfach bloß sagen dadurch da war ich aber größer und korpulenter und hatte den ersten Bartwuchs eher schon vor den anderen und so hat man es mir halt eher noch abgekauft dadurch dass ich dann auch die ersten Zeiten mal mit jemand in die Klasse gekommen bin ich glaube siebte Klasse oder so der war 16 und hatte einen Schülerausweis dann dachte ich mir so damn der Typ kann ein Bier kaufen what the fuck so der aber ohne Scheiß also der hat halt wirklich ausgesehen als wäre 13 also da habe ich halt schon wirklich viel viel älter ausgesehen und ja war ganz lustig wir haben unsere jugendlichen Erlebnisse gehabt da kann ich glaube ich noch eine kleine Geschichte erzählen weil da waren wir 13, 14 Alter und da haben wir Shisha geraucht und ja das war eben auch mit diesem einen 16-jährigen Kollegen der hat halt dann, ich weiß gar nicht ob man das noch machen durfte in der Zeit in der Zeit war es scheinbar okay aber nikotinfreien Tabak an 16-Jährige zu verkaufen beziehungsweise nikotinfreien Tabak in der Shisha die du dann rauchen kannst an dem Spot ja und so war es halt auch und haben wir gemacht mit dem Kollegen und dann habe ich mir halt ja man kommt halt einfach da rein man merkt es okay man braucht immer einen Ausweis so für die ganze Scheiße und immer jemanden fragen dass jeder der in dem Alter ist oder war was wahrscheinlich jeder war aber vielleicht das auch erlebt hat der weiß dass es einfach ein Struggle ist und ja keine Ahnung ich habe halt durch meine wie ich auch schon in mehreren Podcasts erwähnt habe technischen Zeiten früher mit 10 und 11 als Minecraft YouTuber ja noch ein bisschen Wissen gehabt vor allem auch mit Photoshop und die ganze Scheiße und habe mir diesen Schülerausweis angeschaut ja und habe halt dann einfach gemerkt damn das ist ja überhaupt nicht mehr zu machen bin hergegangen ich will jetzt auch keine Anleitung oder so für irgendwas machen die Kurzform ist ich habe in Photoshop es hergenommen ich hatte die Farbe von dem von dem Papier geholt ich habe nicht mal ein dickeres Papier gekauft ich habe einfach drei oder vier Lagen Papier aufeinander geklebt damit es so eine dicke hatte wie von diesem Schülerausweis das ist ja klasse ich habe davor das bedruckt ich habe davor das bedruckt wie auch immer bla 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 und das kann ich noch glaube ich dazu sagen da gab es so Stempel drauf so echte Stempel auf den Schülerausweis ich bin hergegangen ich habe von der Schule das in Google nachgeschaut ich habe das auf Photoshop runter gezogen ich habe das runter skaliert ich habe Deckkraft ein bisschen runter gezogen ich habe ein bisschen Radiergormi und so nein ich habe original diese Stempel drauf auf den Schülerausweis drauf getan und dann hat es halt wirklich böse echt ausgesehen oh mein Gott es hat wirklich böse echt ausgesehen ja heftig echt ja auf der anderen Seite ja egal ich bleib bei der Story ich musste danach erzählen warum ich glaube ich das auch anders erzählen hätte können auf jeden Fall bin ich dann ja bin ich dann halt los habe diesen Schülerausweis gemacht hatte ihn und dann gab es noch den ersten Tag und das ist noch eine geile Überleitung wo wir realisiert haben dass der Schülerausweis funktioniert ähm äh ja haben wir letztens schon drüber geredet hast du ja ja voll haben wir auch gesagt das ist mit meinem Podcast erzählen deswegen ist es gut dann erzähl mal bitte nicht nachmachen wirklich und vor allem es ist wirklich nur eine fiktionale Person die hier redet äh ich bin auf jeden Fall dann los und äh habe mich mit meinen damaligen Jungs getroffen und ja die Freude war groß alle in meinem Alter so damals ja was macht man ja was macht man und ich glaube ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich habe es davor mal in einem Kaufland oder in so einem Lidl oder sowas ausprobiert und dann haben sie mir gesagt wir nehmen keine Schülerausweise an und und es war auch extra risky Alter ich bin 15 weißt du und ich wollte auf 18 so und es hat schon gepasst also aber es ist trotzdem risky ich hätte auch direkt 16 machen können hätte froh sein können und der der G in der Gruppe wo jeder sagt oh mein Gott Alter weißt du bringen wir immer Alkohol weißt du was weiß ich was ich mir vorher erhofft habe oder was ne also ich wollte natürlich auch die Zigaretten und den Alkohol aber in so einem dummen jungen Alter weißt du ist es halt vielleicht für die Aufmerksamkeit auch ein bisschen so ein Push gewesen und so zu wissen okay wenn jetzt irgendjemand was braucht von meinen Jungs so die können zu mir kommen und müssen nicht irgendwie irgendwelche Filme schieben einen großen Bruder zu fragen und Schelle kassieren oder was weiß ich also keine Ahnung einfach dumm und jung und ja waren aber draußen haben gesagt okay scheiße wir saufen jetzt ja okay losgegangen äh ich mit ich glaube ja genau wir sind mit der ganzen Gruppe los und die haben uns ums Eck praktisch gewartet von der Tankstelle weil wir sind dann zur Tankstelle und bei der wie gesagt beim Supermarkt haben wir nicht bekommen wegen Ausweis ne ja und nicht so scheiß drauf probieren wir es ich geh rein ich geh zu diesem ähm Alkohol äh Spot so mäßig wo die ganzen Flaschen stehen die Kühlung da ja ja und kein Plan was ich also was ich mir gedacht habe was man für einen nehmen soll überhaupt voll noch auf Taschengag gelebt alle in der Schule ich so was willst keine Ahnung was willst du da groß kaufen also was haben wir gekauft Pushkin Pushkin Wodka acht Euro oder so in der Zeit vielleicht noch äh eine Flasche Energy dazu drei Euro elf Euro so öffenes Alter für drei vier fünfzehnjährige Alter das hat definitiv gereicht aber dazu kommen wir jetzt gleich wir sind aus dieser Tankstelle raus und ähm ja im Endeffekt äh warte mal ich muss ganz kurz ich will schauen dass die Kamera seinverläuft ja das ist passt das hat sie mich auch mal von nah an gesehen ähm ja wir sind da rein ich nehme die Pushkin wir haben den gekauft wir gehen raus wir gehen unter unter die Isar bekannter Spot vor allem in dem Alter äh bei uns in Dingolfing ähm ja da ging es mal eine Zeit lang richtige Arbeiter jeder hat eine unter Isar Zeit jede Generation hat so stimmt ja ich glaube aber das ist in jeder Stadt so es gibt so diesen einen abgefuckten Spot wo jeder der irgendwelche ja bei uns gibt es mehrere äh schon Tepi Tepi genau alter Tepi war auch krass was gibt es noch aber unter Isar ist generationenübergreifend jeder chillt wenn ich mit älteren geredet habe war es immer auch dasselbe tschüss wir unter Isar ja ja safe safe ja keine Ahnung aber wenn wir nicht zu moral werden wollen wir die Geschichte weiter erzählen auf jeden Fall äh ja sind wir unter Isar gegangen boah und ihr müsst wissen ich bin immer mit mit immer schon in meinem jungen Alter mit Russen aufgewachsen und ich will es nicht auf die Nationalität schieben es war definitiv auch ganz viel ähm dummes ja dummes denken dummes Schwanzvergleich denken in der Gruppe weißt du jeder will der Bessere sein Digga Grüße an Samia allein war er auch dabei ne ne ja ne an dem Tag war er nicht dabei aber er war auch jeden Fall in dieser Gruppe aber es war ähm es war halt immer auch schon so wer hat den neuen Rapper äh kennengelernt also nicht kennengelernt aber gefunden dann immer so nein nein ich habe ihn zuerst gehört natürlich also dieses dummen jugendlichen Scheißtrick Dinge und so war es halt eben auch dann mit dieser Wodkaflasche aber mit einer Wodkaflasche das ist halt einfach ein bisschen anders als wie mit irgendwelchen Rap Songs und äh ja keine Ahnung bin halt dann da war es eh schon immer so ja wer kann mehr trinken und sowas und ich bin halt ich bin halt der Deutsche so vor allem noch in dieser Gruppe gewesen ich halt immer wenn ich geraucht habe ich bin jemand ich huste oft und dann hieß es immer Deutsche Lunge weißt du ich mein und das äh Digga es ist rassistisch man Digga das ist voll rassistisch aber scheiß auf wir sind dumm und jung und da sagt man solche Sachen und das habe ich mir aber auch nicht äh auf mich sitzen lassen heute würde ich vielleicht sagen fick dich ins Knie so und lass mich in Ruhe aber weißt du äh damals äh einfach auch auf diesen Dings aufgesprungen ok nein ich fick dich ich zeig euch wie ich saufen kann ja natürlich und ich bin halt jemand ich will nicht sagen ich kann saufen und man ist auch ich bin auch definitiv nicht stolz wenn ich saufen kann trinken ist scheiße ich hasse es aber ich tue es zu oft aber ähm ne ähm im Endeffekt äh hab ich dann einfach naja das als Motivation gesehen hab angesetzt und hab gesagt ich exe setze ich hab angesetzt was weißt du das nicht ich glaub das sorry kennst du aber ich setze an Pushkin 07 warte mal ganz kurz damit ich verstehe mhm du hast doch die Flasche für dich und deinen Jungs gekauft ja und du hast sie geexed pass auf und beziehungsweise du wolltest die exe ich weiß nicht was was es war es war die die Rede davon von mäßig so ja wer kann am meisten trinken ja aber ich dachte ihr wollt jetzt Party zusammen machen oder trinkst du die Flasche Digga wir sind 14-15 Jahre alt ja die Jungs kommen wir noch dazu die Story wird noch lustiger ähm es war halt wirklich so ja ich kann mehr trinken und dann war es schon so ja bis hierher weißt du da kann ich trinken nein nein ich kann bis hierher trinken weißt du nicht Jungs wenn ihr wollt ich exe euch die scheiß Flasche aus weißt du und die erste so ja zeig zeig komm lass es sehen und dann äh ich will den Namen nicht sagen aber ähm Igor oh das ist voll beleidigend wenn er das sieht Grüße an dich an der Stelle nein Igor ist äh Olexesch ah ja Olexesch okay achso also diese Gruppe war das ja ja bro bro ganz ganz früh also also es gab nur noch eine Gruppe davor aber die zweite Gruppe ja ich weiß ich weiß schon ich weiß schon Igor Entschuldigung ey wenn du das siehst dann bin ich böse aber ich dachte der kommt dann drauf Igor wegen Igor ja genau mein Gott ich kenn den Insider sogar oh Gott oh Gott sorry bro er schaut unsere Podcasts nicht hoffentlich nicht aber aber nein ähm er er war ja damals auch schon so Digga wir müssen saufen weißt du und natürlich auch ein oder zwei aber er damals auch schon so saufen saufen und ich hab halt ich wollte mit so und nicht so er so Digga lass aber schon noch was am Schluss da weißt du ja ja ich schon aber ich trinke das jetzt weißt du und ich trinke ich trinke ich trinke ich trinke ich trinke 0 4 0 5 weg bei 0 5 das ist nicht gelogen so also das ist von der von der fiktionalen Person aber ja ja ähm ich trinke und bei 0 5 vielleicht knapp zu 0 6 reißen die mir auch die Hand in die Flasche aus der Hand als ob als ob du das wirklich gemacht hast und er ist so Alter fuck und Digga dieses dieses Gefühl auf meinem jungfräulichen äh 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 Mund noch homo alter der noch nie richtig viel vor allem harten Alkohol getrunken hat hab du meine Scheiße schon 0 6 Pushkin alter Junge das hat gebrannt mein Magen ich hab den gespürt Digga leck mich am Arsch ich darf nicht gleich gekotzt oder? nicht? nein Digga das ist lustig nein das ist nicht lustig sie macht das nicht nach aber äh äh ich hab dann naja ich hab ich hab das getrunken und ich war davor schon mal betrunken aber nicht so du warst nicht richtig besoffen davor oder? weil wenn du eine halbe Pushkin ich weiß wie es ist besoffen zu sein in der Zeit aber es war nie K.O. ich hab nie verstanden warum man K.O. ist durch Alkohol weißt ich war immer nur lustig ich hab ein bisschen gelallt und ich dachte das ist besoffen sein weißt du weißt du ist es ja eigentlich auch wenn man man kann es ja auch übertreiben genau so ist es und ich hab's ja nie verstanden und das war mein erstes Mal übertreiben vom Alkohol ja und ich trinke und ich hatte das glaube ich bis heute auch nie nie wieder so krass ich hab auch seitdem nie wieder eine Wodkaflasche geäxt glaube ich zumindest erinnere ich mich an nichts mehr dann aber auf jeden Fall ähm ja ich chill so und ich komme erstmal klar ich trinke viel nach die ersten so ja fick dich alter du willst mir nochmal was zum saufen holen mäßig so und ich komme klar auf diesen Geschmack und ich so fuck okay ja ich spüre schon mir wärmer ja okay scheiß drauf gehen wir zur Tankstelle und ihr müsst euch vorstellen ich will nicht sagen direkt welche Tankstelle aber alle aus Dingerfing werden verstehen welche Tankstelle von der unteren Isar bis zur nächsten Tankstelle ja klar und das sind 200-300 Meter mhm und ich gehe die von da unten hoch und ich merke wie ich immer lustiger werde und ich merke mir okay jetzt geht's los okay ich werde jetzt besoffen Alter das ist halt voll der geile Tag und ich gehe über die Isar und ich merke schon wie ich immer mehr taumel und so einen Scheiß dreck das ist wirklich es geht gerade um ein paar Minuten so paar Minuten ich taumel immer mehr ich gehe weiter und auf einmal meine Memory also an das was ich jetzt erinnere wird auch immer weniger so von dem Weg was ich weiß es wird immer lustiger die Gespräche werden immer lustiger und ich gehe und ich gehe in die Tankstelle rein und die so okay 6 Bier wir brauchen 6 Bier und es war damals auch nur irgend so ein Bags Lime Scheiß ja ich glaub schon oder Bags Energy irgend so ein Scheißdreck Alter was man in so einem Alter trinkt aber ich so ja ja okay und ich stehe schon an diesem an diesem Ding zum öffnen wo die Biere sind aber lose halt kein 6 Pack und ich so eins zwei und so in meinem linken Arm aber ich ahne ich ahne Böses ja aber auf einmal beim vierten fällt das erste runter und ich schaue so rum und ich ich schaue so zur Kassiererin und die hat mich vielleicht nicht gesehen ich so trotzdem Entschuldigung Entschuldigung weißt du ich nehm so weiter zwei Bier und ich hab dann diese 6 Bier fertig ich sag nichts ich geh zur Kassiererin ich stelle alle hin eins fällt nochmal um und sie so ja hier praktisch zu sagen ich war davor schon da ich brauch Ausweis nicht zahlen ich zahle ich geh raus und ich geh durch die Tür und ich glaube es ist mir noch eins runter ne es ist es könnte mir vielleicht noch eins beim rausgehen runter gefahren sein ich bin mir aber nicht mehr sicher auf jeden Fall stehe ich bei den Tanksäulen und vorne und hinten haben sich wieder meine Jungs versteckt Digga und die so hast du es und ich so voll dicht mit diesen 4 Bier so in so einem Babydings Arm und ich so ja voll und natürlich und natürlich fällt noch ein Bier runter oder sogar zwei ich weiß es nicht mal während ich den Arm hebe und so sage ja klar wie viel hat das jetzt dann zum Schluss noch ich weiß es nicht weil dann kommen wir zu dem Punkt der Rückweg war dann richtig schlimm dann haben wir mir die Bier aus der Hand genommen bei der Unterise angekommen also das ist dann nur noch so Filme also so Filmrisse wie ich jetzt erzähle bei Unterise angekommen bin ich dann unten nur noch gelegen auf so einem Stein also du weißt du die Erhöhung wo man das ist dann hin dann weiß ich nur noch so dass ich mich so irgendwie so gedreht habe und dann war es vorbei dann war es vorbei weißt du wie du heim gekommen bist? ja es gab noch 2-3 Fotos zwei von meinen Jungs haben mich dann heim begleitet beziehungsweise das heißt heim begleitet sie haben mich heim getragen dieses legendäre Bild wo du mit dem Fahrrad im Bus schlägst ja das war dieser Tag das war dieser Tag verstehe mein erstes Mal im Feuerhaus krass wusste ich gar nicht ja wir waren jung und dumm aber genau auf jeden Fall haben die mich noch heim gebracht ich bin am nächsten Tag aufgestanden ich habe den bösesten Anschluss von meiner Eltern das glaube ich dir von meiner Mutter ja ja wow hey ein Wunder dass diese Kassiererin nicht die Bullen gerufen mag gell? das ist nämlich also ja wir sind jetzt von der Fake-Ausweistory bisschen übergeschwappt zu diesem meinem ersten Mal im Vollrausch aber ja sagen wir es so die fiktionale Person hat das natürlich dann noch ein bisschen für sich hergenommen ja natürlich wäre ja scheiße wenn es das letzte Mal gewesen wäre Möglichkeit Sachen zu kaufen die man nicht darf oh man ich sage nicht wie lang ich sage nicht was dann noch passiert ist aber hier hat auf jeden Fall Spaß Happy End ah da fehlt mir auch eine Story ein aber die glaube ich kann man nicht erzählen meinst du nicht? Digga es ist dein Geburtstag es ist halt heute special heute special day es ist halt immer noch diese Figur aber es ist halt wirklich was ekliges das war wo diese Figur quasi die erste Anzeige bekommen hat Skaterpark weißt du welche Story ich meine? ja natürlich auch warum ich gerade überlege warum ich das erzählen soll ich weiß es nicht ich würde mal sagen wir machen jetzt an der Stelle einen kleinen Schnitt für euch wir überlegen uns kurz was ich hole nochmal was zu rauchen und wir sehen uns gleich wieder wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal zurück machen wir schon weiter ja klar das hast du die Kalt erwischt ja aber wirklich das habe ich gerade gesehen aber ne Gott sei Dank müssen wir nicht so krasse Filme mit Schnitt egal das ist unser Ding auf jeden Fall mach das bitte auf jeden Fall haben wir uns dazu entschieden dass wir die Story erstmal nicht erzählen die heben wir uns auf verpacken die nochmal ein bisschen schöner und aber ja das ist zu viel das ist zu viel Polizei und die ganze Scheiße das ist beziehungsweise krimineller Stuff und ich finde das soll uns nicht ausmachen also zu unserem Podcast mal so zu um drauf zu sprechen zu kommen ich finde das ist halt wirklich eigentlich ich freue mich dass wir dass wir mein Leben oder unser Leben mitteilen können dass wir unsere Geschichten erzählen können also du redest jetzt quasi allgemein über unseren Podcast ja aber es ist ich muss kurz es schaut ein bisschen komisch aus aber alles gut uns ist das packen Tipps ausgelaufen jetzt habe ich eins vom Boden nehmen müssen achso ja stimmt achso die liegen immer noch da habe ich gar nicht gesehen genau egal aber ich finde es ist es ist so schön dass es einfach einfach es kommt wirklich rüber als würden wir nicht nur rüber sondern es ist einfach so wir sitzen hier und wir labern einfach über Geschichte und wir freuen uns die also erzählen zu können wie eher einem neuen Kollegen ja genau safe und es ist nicht irgendwie um uns cool darzustellen definitiv nicht man redet einfach übelst gerne über sowas safe und das ist auch sowas gerade von dem Weg wo ich jetzt aufgewachsen bin du auch in deiner Jugend und sowas da ist das normal ja bro eine der geilsten Sachen oder einer der geilsten Vibes bei mir in der Stadt oder in meiner Jugend ist es wenn es hört sich dumm an und es ist auch definitiv nichts nichts schönes auf der einen Seite aber da zu stehen auf der Parkbank oder an dem Spot wo du immer mit deinen Jungs chillst äh ja wenn du Bock drauf hast ein Joint rauchen wenn du Bock hast ein Bierchen trinken und sowas aber dann über Geschichten erzählen ja man Digga damals war es einfach das krasseste über Schlägereien zu erzählen ja vor allem in dieser Zeit in dieser Jugend und sowas dass das wenn irgendwas Neues passiert ist ey es war wie ein wie ein Box Film zu erklären genau deswegen sind wir auch drauf gekommen dass wir einen Podcast machen genau wegen dem Punkt wir sind unten gesessen ähm im Wintergarten bei dir und wir haben über über genau das wie wir hier im Podcast reden und dann haben wir uns gedacht machen wir einen Podcast ja passt ja das ist halt ich warte bis ich alt bin mhm und dann ziehe ich mir jede einzelne Folge wie einen Film rein ja oh mein Gott ich hab das immer bei der Musik gemeint dass das krass ist aber das ist ja das ist ja ganz weit entfernt von dem was wir hier machen wir halten gerade wirklich unser Mindset fest genau unsere unsere ja Einstellung zu Sachen die sich auch definitiv in den Wochen in den Monaten und den Jahren wieder ändern werden und dann wieder zurück zu sehen und zu denken boah so hab ich damals gedacht so hab ich ausgeschaut genau so haben wir gelebt so war dieser Vibe das ist sowas worauf ich mich sehr sehr freue safe und deswegen geht es auch fast gar nicht um die Klicks beim Podcast natürlich schon irgendwie weil wir guten Content liefern wollen und einfach schon Leute haben das natürlich auch das natürlich auch die schon regelmäßig zuhören und die wollen wir nicht enttäuschen aber das ist auch ein großer Aspekt Aspekt an dem Ganzen und ja freu mich einfach drauf oder es ist einfach ja es ist einfach geil safe aber um auf den Podcast zurück zu kommen ich finde ähm äh es ist damn der Giant hat mich grad vorher aus der Bahn geworfen spring mal ein Bruder hol mal irgendwas raus wir haben über den Podcast allgemein geredet ja was soll ich dir erzählen ich weiß nicht ja ich hab ein Ding wie heißt das äh ich steh aufm Schlauch du stehst aufm Schlauch ich steh aufm Schlauch ja so ja ja keine Ahnung über was willst du denn noch reden boah ähm gibt's irgendwas was du aufm Herzen hast oder weiß ich nicht ah jetzt ja ja gut äh genau zu dem Podcast äh es ist halt einfach so wie wir schon gesagt haben in der Jugend draußen chillen über diese Stories reden vor allem Schlägerei auch wenn's böse ist aber halt auch ja einfach dieses nächtelang drausnocken und Deep Talk es ist ja nicht unbedingt Deep Talk was wir hier machen auf der einen Seite schon und es kann Deep werden es ist eher noch ein Deep Talk als würden wir jetzt einfach so da sitzen ja aber ähm ja sowas hat mir gefehlt aber mit sowas bin ich aufgewachsen und deswegen ist es noch so viel geiler dass wir sowas machen können vor allem hatte ich ja einfach viel zu lange ein falsches Bild von einem Podcast also ich hab mir ähm ich hab mir das immer so vorgestellt dass es eher so ein so ein Wissenschaftsding ist du bildest dich weiter und es gibt ja auch genügend Wissenschafts- und Bildungspodcasts ja stimmt eigentlich gell aber aber ich ich war schon immer so fasziniert von Real-Life-Stories weißt du wie ich mein und ich hab das nie kombinieren können ja da wollte ich gerade einen Shoutout geben an Montana Black weil der hat mir in meiner Kindheit ich bin mit dem aufgewachsen als Zuschauer so mäßig von 12 oder 13 was ich war so ich glaubte 14 nee 12, 13 geht hin ähm also relativ Anfang ähm da waren die Real-Life-Stories so heftig interessant weißt du wie ich mein weißt du wer das bei mir ist mhm Sick von Show oder Steinpapier auch auch ich hab den viel zu jung gesehen wahrscheinlich um den sehen zu dürfen ich war sogar bei bei einer Buchvorstellung bei ihm ja man ja man Sick Show, Steinpapier ganz 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 krasser Typ ich hab bloß gesagt ist das vielleicht sogar ein Insider er ist gar nicht bekannt gell also gar nicht krass bekannt es geht er hat seine kleine Community ja safe er macht auch Deutschland toll und ist in jeder großen Stadt aber wer den nicht kennt und ich will ich muss ganz kurz er hört sich seine YouTube-Videos an sorry er hört sich seine YouTube-Videos an am besten ihr lest das Buch von ihm ja unglaublich krasse Sachen die er erlebt hat aber egal bleib mal bei dir und ich muss ganz kurz was korrigieren ich hab gesagt dass ich zu jung war um Sick zu schauen oder zu hören das kann man nicht so sagen man kann nicht zu jung sein für Sick also doch schon ja aber er ist halt Lehrer weißt du zumindest in meiner Zeit wo ich ihn gesehen habe war es zu schlechte Zeitpunkte ok ja weil du hast dir Beispiele abgeschaut vielleicht ja er hat ja ja über manche Sachen wie er manche Sachen geschaukelt hat ganz kurz Sick von Schore Stein Papier für die die wo es nicht wissen ist ein Ex-Junkie aus Hannover der wo ja ist in Hannover aufgewachsen also nicht in Hannover aufgewachsen aber er ist umgezogen mit seiner Familie Stiefvater nach Hannover ist dann auf Schore also auf Heroin gekommen zum Rauchen und er erzählt halt quasi so seinen Werdegang als Junkie ja Mann und ja dadurch dass ich dadurch dass ich halt von von Anfang an den halt dann auch verfolgen wollte und sowas kam ich halt dann schnell in den der hat ja auch viel gemacht und genau der hat ja viel viel verkauft das meinte ich ich wollte das jetzt bloß nicht so aussprechen ja das ist ja kein Spoiler ja aber im Endeffekt das ist halt vor allem nicht gut von sowas abzuschauen vor allem weil er auch oft genug in den Knast kam aber es war halt in der Zeit etwas wo ich nicht unbedingt relaten kann weil es nochmal was anderes war aber schon irgendwo relaten kann weil es äh ähnliche Sachen oder Strukturen in meinem Leben in der Zeit gab aber ja äh nur so habe ich eigentlich das eigentlich kombiniert mit YouTube und Geschichten erzählen und da habe ich mir immer gedacht Bro wir sind eine Kleinstadt ja ich habe ohne irgendwie auf Tränendrüse zu drücken wollen oder mit irgendwelchen schlechten Sachen die ich erlebt habe angeben zu wollen wenn man das irgendwo so sagen kann ich verstehe wie du meinst äh kann ich schon sagen ich habe schon viel erlebt für mein Alter also ich über den Durchschnitt glaube ich schon ja über den Durchschnitt glaube ich schon da kommt es gar nicht auf die Stadt an aber oder wo man herkommt aber ich sage halt einfach mhm ich habe immer gesagt Bro wer hört es wen interessiert es aber der Podcast kombiniert ja beides es ist nicht nur wir verschwinden in unseren Geschichten die wir erlebt haben und äh in den Storys die wir erzählen wollen so von uns sondern äh es ist ja auch Meinungen weißt du ich mein ich wir vertreten Meinungen zu Filmen hier wir vertreten Meinungen zu anderen Themen die wir vielleicht noch später im Podcast irgendwann bereden und das ist halt nochmal so ein großer anderer Aspekt dass man halt einfach nicht nur die Geschichten die wir erlebt haben festhalten und da unseren Charakter widerspiegeln können sondern das ist halt auch die Art wie wir reden ganz gerne weil wir reden einfach genauso auch wie in echt genau das ist so geil ich habe mir das selber auch schon oft jetzt gedacht wo wir jetzt so die ersten fast 10 Folgen draußen haben Alter für mich ist das so du gehst einmal in der Woche zu einer Therapiesitzung wo sich alle treffen mäßig und du redest weißt du ich mein sowas ist für mich dieser Podcast ja man nicht dass ich das jetzt als Therapie oder so sehe sondern einfach einmal in der Woche setzen wir uns zusammen weißt du und du weißt es ist es ist eine spaßige Stunde weil wir uns nur herhocken das Handy weglegen genau keine Ablenkung haben und nur uns auf den Gesprächen das ist fast noch geiler wie dieses ganze Setting und so dass ich mit in dem Wissen dass es online kommt das finde ich noch geiler also ohne das Wissen verstehst du weil ich mir einfach denke Alter am Anfang ist man so immer die bei mir ist immer so die erste Viertelstunde bin ich so okay Podcast vielleicht muss ich mich verstellen automatisch weißt du aberpaid nach genau aber irgendwann ist man so in diesem Gespräch gefessen bei mir ist es auf jeden Fall auf jeden Fall bei dir ist es ja auch